hallo ihr lieben hallo liebe blumenfreunde hallo so hier sind wieder eva und margit bewährtes team und wie ihr schon erraten könnt hier an unserer kulisse vorne hinter mir baden in rosen und wir wollen euch einen wunderschönen strauß rosenglück einen ganz tollen strauß mit gemischten dickköpfigen rosen zeigen genau den binde ich jetzt einfach mal also ich habe hier meine rosen schon abgezählt die sind zwar jetzt schon geputzt so für den laden aber wenn ich die jetzt kurz binde was ich machen möchte sind zu viele blätter dran und dann mache ich jetzt hier noch mal welche ab das mache ich auch dass sie einfach länger halten weil umso mehr blattwerk dran ist umso mehr muss die rose das versorgen mit wasser und umso weniger umso eher kann sie die blüte versorgen mit wasser ja und ist ja für die versorgung nicht nur die blätter ja das eine und das andere ist auch die länge ja das ist natürlich auch umso länger die rose bleibt umso mehr muss sie nach oben schaffen umso kürzer man sie macht und so länger hält sie dann auch und wenn man dann noch grün dazu macht und es schön ineinander bettet also ins grün bettet dann haben die auch keine chance so schnell zu kippen und halten dadurch auch und kann nicht so viel wasser verdunsten ja das ist natürlich auch noch ein aspekt weil die kunden fragen dann oft ja was empfehlen sie denn und wir empfehlen sehr gern rund gebunden die eva putzt jetzt die rosen so schön und ich wollte euch noch mal was zeigen weil ich schicke ich mache ja im community tab mache ich ja auch oft updates und zeige euch aktuelle bilder aber es gibt noch was viel aktuelleres über flower style und das ist mein instagram account vielleicht kann mein kameramann mir mal so schön über die schulter filmen das ist flower deko tipps hier siehst du meine instagram seite mit verschiedenen schwerpunkten und ich veröffentliche regelmäßig news zu aktuellen blumen aktuellen themen auch mal was lustiges und spaßiges ein toller winterspaziergang neue videos ein tolles backwerk alles was das herz so begehrt und diese infos gibt es natürlich viel öfter als youtube videos es lohnt sich also zu abonnieren und immer mal reinzuschauen und wenn du mir bilder schickst dann kann ich diese auch verlinken und das erkläre ich gleich im folgenden so ich habe das jetzt also gerade am computer probiert mit dem instagram aber wir müssen das doch anders machen weil es gibt sachen die nur auf dem handy funktionieren und ich bin auf meinem handy habe ich die instagram app die öffne ich und da habe ich natürlich da habe ich gesehen an diesem herz da sieht man ja die beiträge wo man markiert wurde von anderen und hier habe ich sehen vielen dank liebe anke du hast mich in dem beitrag markiert und ich nehme jetzt einfach mal deine schöne amaryllis dieser schöne beitrag und ich sehe hier du hast hier flower deko tipps du hast mich verlinkt ja im text mit at flower deko tipps vielen vielen dank und wenn ihr mich markiert im text wie man das hier sieht dann dann gehe ich her und kann eure beiträge ich freue mich also total über eure schönen bilder kann das reposten das kannst du also auch mit diesem teil ja und und dann werde ich diesen beitrag in meiner story posten und kann auch hier schreiben danke liebe anke für das tolle foto so und nee nicht das foto zur seite schieben sondern den text so und freue mich also total über so einen netten beitrag und macht natürlich noch mal einen einen kleinen smiley findest findest du die auch so schön oder irgendwas nettes fragen auf jeden fall macht es total spaß wenn ihr mir die bilder schickt weil ihr habt mir auch ihr habt mir ja auch bilder geschickt und ich habe auf mein whatsapp und da das schaffe ich leider irgendwie nicht die zu verarbeiten aber total schön und dann können andere das auch sehen auf instagram ist und da ist jetzt auch hier klein die anke erwähnt und vielen vielen dank und ich schicke das jetzt an meine story und meine fans können alle sehen dieses tolle foto das ist also total klasse deswegen bitte bitte schickt mir tolle fotos an instagram das ist das ist super toll und das ist der beste weg damit ich das anderen auch zeigen kann was ihr schönes macht aus diesen tollen videos und anleitungen das wäre total klasse und hier habe ich noch eine kleine anregung von mir zu hause ich habe einfach heidelbeere genommen heidelbeere haben wir ja auch im video verwendet für den tulpenstrauß und ich habe diese heidelbeere quasi als gerüst genommen um die französischen tulpen einzustellen die sind nicht gebunden und die wachsen jetzt immer immer länger französische tulpen sind ja naja oft beander bis eineinhalb mal oder doppelt so lange die andere und halten auch viel besser das ist also mein kleiner deko tipp verbunden mit meinem foto tipp wie ihr eure wie ich eure tollen fotos auch anderen zeigen kann und zum thema pistazie habe ich auch noch einen ganz tollen beitrag weil ich habe mal im urlaub in den mediterranen ländern das ist schon ein paar tage her man wird es an meiner frisur sehen aber da habe ich mal gezeigt wo die pistazie wild wächst das fand ich total interessant und das spiele ich gleich mal dazwischen weil es einfach so schön ist an der küste oh hallo hallo ich bin ja immer total neugierig und interessiert wo diese schönen grünmaterialien herkommen und zu hause erzähle ich euch immer so viel über efeu und hier bin ich jetzt mal im mediterranen raum wandern und wie immer habe ich natürlich meine schöne gartenschere dabei floristik 24 grüßt und ich muss dir das einfach mal zeigen diese wunderschöne pistazie die wächst also nicht zu hause sowas wächst hier wirklich im mittelmeerraum und man sieht auch hinter mir ist das meer und es ist eine ganz sandige steinige küste und die kommt mit unheimlich wenig wasser aus wenn ich die im großmarkt kaufe dann heißt es immer spanische pistazie wobei die aus dem mittelmeerraum aus tunesien die wird per schiff nach deutschland gebracht und die bekommen wir im großmarkt leider nicht immer so schön weil manchmal hier habe ich noch ein anderes stück gefunden manchmal sind die dann so länglich das ist dann leider gottes nicht so gut brauchbar für die streuße aber ich musste dir einfach mal die herkunft zeigen und ich bin hier auf so einer schönen küstenwanderung und diese tollen pistazien die wachsen ja also in riesigen büschen und scheinen wirklich ganz ganz wenig wasser zu brauchen für dieses herrliche tolle knackige grün also ja das ist der kleine ausflug zur herkunft der pistazie meine neugier ist ungebrochen aber ich musste das doch mal weitergeben bis gleich wieder im laden so die kleine fortsetzung noch zum thema pistazie also wenn die pistazie dann so kommt das ist dann auch manchmal nur in dem päckchen dann ist die eigentlich für den rund gebundenen strauß ja unbrauchbar sei denn man bindet so einen richtig langen strauß wo man eben will dass das grün entlang des vom holz ist dann braucht man aber für rund gebundene strauß ist das schlicht und ergreifend unsinn aber das wollte ich noch mal zeigen und solche stücke haben wir durchaus auch im laden die wir aus dem päckchen rausholen und die dann ziemlich blöd sind naja das war der kleine anhang so wichtig ist auch dass dadurch dass jetzt verschiedene rosen sind verschiedene farben dass man die auch schön mischt dass man die anordnung dass es schon schön verteilt ist das sind jetzt natürlich auch wahnsinnig schöne rosen wir haben die die größten köpfe rausgesucht und das ist natürlich jetzt auch ein wunderschöner strauß entschuldigung ich schneide hier den eukalyptus an und decke deine pistazie zu ich bin sicher aber man sieht der arbeitstisch wird immer gebraucht und der platz aber ich wollte natürlich auch mal hier und darauf wieder ganz wichtig entschuldigung dass grün nicht in die bindestelle kommt also wenn ich jetzt hier unten so plättchen habe die muss ich natürlich dann ab machen das kann man sich natürlich auch vorbereiten auf den tisch legen aber ich mache das dann oft einfach mit zwischendrin dass ich hier einfach mal so ein bisschen ab mache dass da drin nichts hängt bei der floristenprüfung wurde man mit grün in der bindestelle durchfallen wurde mir ja vor über zehn jahren wurde mir das gesagt bei meinen praktikumsstellen und dann habe ich ja oh also naja wir haben ja nicht jeden tag eine prüfung aber unsere prüfung ist ja eigentlich in der ja in der realität ob der strauß beim kunden gut hält das ist das ist der einzige zweck und das das ist der grund dass es auch so gemacht wird ganz 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 wichtig ja unser nachbars hund will auch mit ins video herzliche grüße wir können ihn leider nicht ausblenden er ist ab und zu dabei und im moment geht es wieder gassi ich habe hier so ganz nebenher auch schon ein schönes grün angeschnitten eukalyptus also ein welche bären sind das koala bären äh panda ne die auf jeden fall diese australischen netten bärchen die hätten ihre freude weil die würden uns das ganze grün wegfressen aber aber wir nehmen das dann lieber für die streusel weil das ist nämlich ein sehr sehr schönes langes grün und im winter gibt es eigentlich ja es gibt nicht immer so schöne lange grünsauten vor allem zu lilien zum beispiel ist das ja auch ganz toll so kann ich dir noch irgendwas helfen eva du kannst mir mal drei aralienblätter raussuchen bitte ja sehr gerne das ist auch ein sehr schönes tropisches grün das sind die aralienblätter da gibt es auch eine zimmerpflanze aralie die hat auch diese aralienblätter ja zimmer aralie heißt die und diese schönen blätter die bekommen wir sowas zum großhandel und damit die auch richtig schick sind sprühen wir die also die hier gehen jetzt aber auch ab und zu sind die auch so richtig dreckig dann sprühen wir die auch mit glattglanz erstmal ein das würde ich allerdings bei der zimmerpflanze nicht machen weil wenn die dauerhaft atmen will dann ist das natürlich nicht so gut im strauß ist das kein problem weil das ist jetzt keine aralie für die ewigkeit im strauß für eine ja für ein zwei wochen es macht das nichts aus aber eine zimmerpflanze will mit glattglanz nicht so kann die nicht so gut atmen und deswegen würde ich das da auch auf jeden fall bleiben lassen so was man hier auch immer machen kann immer mal nachziehen also habe ich ja eben jetzt auch gemacht ich gucke dann auch mal drüber und ziehe die einfach ein bisschen zurecht und da ich ja in der spirale gebunden habe ist das überhaupt kein problem kann man dann da schön ziehen oder zurück drücken die rose das ist dann kein problem so dann habe ich jetzt die naralienblätter da würde ich zum abschluss jetzt drei stücken rum machen so auch wieder in der spirale legen und ich drehe den strauß dann auch in der hand dass ich an alle seiten komme es gibt übrigens ganz tolle blumenstrauß also wie man einen blumenstrauß bindet videos dazu zeige ich blende ich nochmal die infocard oben ein weil da habe ich das auch sehr sehr langsam gemacht in den vielen strauß videos geht das natürlich doch ein bisschen schneller so ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen salal oder wenn man hat kann man natürlich kirschlob nehmen so ein bisschen in die zwischenräume und ein bisschen zum stützen der aralienblätter so und dann sieht das ganze so aus von unten so jetzt schneide ich den strauß ab ich mache jetzt erstmal mit der schere alles auf eine länge auch hier wieder ist die regel ein drittel stil zwei drittel strauß genau das ist gestalterisch sehr diese ja diese unterteilung ist sehr wichtig bei einem rund gebundenen strauß ist das gilt das natürlich ja nicht bei allen straußern ja aber die grundregeln das kann man eigentlich schon ja okay stimmt ja hast du recht ja so und jetzt nehme ich den gast und mit den trinken auch bei den rosen sind ja ganz fest im stil muss man ordentlich ziehen immer schön fest binden fest ist total wichtig der strauß darf nicht ja wenn wir uns so locker unterhalten ist es gar nicht so einfach irgendwelche wörter zu finden die dem natürlich dann ja also er darf bisschen schwingen ja das macht er aber er darf halt nicht auseinanderrutschen so und jetzt stimmt ich bin zu schnell ja mein Messer ja hier ist dein Messer genau man sieht auch wir benutzen hier auch verschiedene Messer das ist eigentlich auch ganz interessant ich benutze wirklich diese ganz normalen Floristen Messer und deins ist das ist eine Hippe die ist gebogen leicht gebogen es gibt auch noch das ist eine Floristen Hippe die ist kleiner dann gibt es noch die Gärtler Hippen die sind größer und ich finde dass man dann hervorragend einen guten Anschnitt machen kann und das ist ja bei den Rosen ganz wichtig der schräge Anschnitt und deswegen sollte man das auch tun die holzigen Stiele das ist die Pistazie die lasse ich jetzt so gerade im Anschnitt das brauchen die nicht zwingend das ist auch mit dem Messer noch ein bisschen schwieriger weil die halt so verholzt sind aber alles andere wird schön schräg angeschnitten so und jetzt kommt er in die Vase rein gut fertig ja also ganz wichtig ist wir sehen es immer so selbstverständlich an ja wichtig ist bei den Rosen wirklich die Vase voll machen mit Wasser ja jetzt ist im Moment Tulpenzeit auch mal wirklich mit so einer ja mit so einer Pfütze unten auskommen die haben da überhaupt kein Problem aber die Rosen die wollen wirklich viel 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 Wasser und wichtig ist auch beim Strauß immer natürlich hohen Wasserstand weil es kann auch mal ein Stiel geben der etwas kürzer ist im Strauß und damit alle Stiele gut Wasser bekommen und alle versorgt sind viel Wasser in die Vase machen ich sage immer richtig voll machen ja bis zum Anschlag weil ansonsten hat man natürlich den Effekt wenn irgendein Grün ohne Wasser ist dann dann ist das schnell trocken und dann fallen so Pistazienblätter ab und so und das ist eigentlich total unnötig und schade ja wenn dieses frische Grün im Strauß regelrecht vertrocknet und auch manche Leute machen ja den Strauß auf in der Vase gibt es immer noch ja ja auch das ja und das ist eigentlich ist dann auch unsere schöne Arbeit ein bisschen zunichte gemacht weil der Strauß fällt auseinander und dieses wunderschön gebundene so wie wir es auch jetzt erklärt haben dass wir durch diese kompakte Bindeart diese Rosen so schön halten das ist natürlich dann auch wieder hinüber und die schöne Arbeit die kann man sich fast sparen ja nicht fast aber es ist dann schade drum ja und auch wenn man natürlich das Wasser wechselt hat auch wieder den Effekt man nimmt den Strauß raus hat alles schön kompakt macht die Vase frisch und man sollte natürlich auch ab und zu das Wasser wechseln weil es gibt ja viele Geschichten über Zucker und Salz und was gibt es nicht alles werden wir immer wieder gefragt wir sagen einfach frisches Wasser saubere Vase Frischhaltemittel rein machen und das Wasser ich sage mal so alle drei Tage wechseln ungefähr drei vier Tage und dann hält der Strauß wunderbar und viel mehr Tricks gibt es eigentlich nicht und natürlich gute Ware ich möchte nochmal ganz besonders betonen schön ist es wenn der Strauß diese tolle kugelige Form hat also wirklich eine Halbkugel ist und nicht nicht so flach ja nicht so wie man sich die Welt früher vorgestellt hat sondern eine kugelige Form warum ich sehe ja den Strauß nicht immer so von von oben da könnte ich ihn zwar zwar flach schön sehen sondern ich sehe ihn ja eigentlich meistens wenn ich ins Zimmer komme aus ein paar Meter Entfernung und dann sehe ich viel mehr Blüten wenn die mittleren Blüten höher sind und die äußeren weiter unten und dann habe ich habe ich eine ganz andere Ansicht und Fernwirkung ja und ich kann alle Rosen nein die hinteren natürlich nicht ich kann die alle Rosen viel schöner betrachten ja und es ist schöner fürs Auge es ist einfach toll und das ist also ganz ganz wichtig und deswegen haben wir auch gesagt kann man die Rosen noch mal ein bisschen arrangieren dass wir diese diese schöne kugelige Form erreichen also die Mitte die Mitte gern ein bisschen höher das war mir noch richtig einzuflechten ja dann würde ich sagen wir beiden freuen uns wenn ihr unsere anderen Videos auch guckt und haben zeigen auch Vorschläge in den Infokarten und freuen uns dass ihr dabei wart und sagen für heute tschüss 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 tschüss